Der Führer in der Trakteur war heute Morgen. Ich habe ihn über Pogon gesehen. Morgen kommen noch noch Offiziere. Offiziere SS. Wir sehen uns nicht! Aber es gibt kein Fleisch! Ihre heutigen Gäste machen sich nichts aus Suppe und hartem Brot. Und jetzt passen sie ihre Speisekarte an. Das ist verrückt! Du hast den Namen, du! Sie sprichst immer! Minkon! Etchadam! Scherl-Mef-Spartein! Nacham! Scherl-Mef-Spartein! Scherl-Mef-Spartein! Vielen Dank.